Nummer 47 Max Bolkacht. Er erreichte mit Weiten von 75 und 71 Metern die höchste Wertung. Und gewinnt in Oberstdorf 1959. Über 40 Jahre später siegt Sven Hannawald ebenfalls im Allgäu. Es sind ganz andere Weiten, ganz andere Welten. Skispringen ist durch die Vierschanzentournee zum Winterspitzensport veredelt mit einem deutschen Heimvorteil. Untertitelung des ZDF, 2020